Ich liebe Bücher. Mein neuer E-Reader ist super leicht, liest sich wie ein Buch und der Akku hält ewig. Mit meinem E-Reader von ebook.de habe ich jetzt all meine Bücher immer dabei. Im sonnigen Park und beim Kurztritt nach Paris. Der neue Sony-Reader für nur 99 Euro. Jetzt bestellen unter www.ebook.de